Im Pottenteller wurde der Schulter gefunden. Und wir haben die Geschenk-Ansicht hier. Wir machen das eine einzelne Feier. Dann profitieren wir das gern. Wir wollen die Tänke machen. Wir wollen jetzt dort die Tänke machen. Wir wollen das machen. Wir wollen das machen. Ich werde das Geld ergeben. Wenn man die Arbeit nicht mehr schlaft, weil man die Geld zu erzeugen kann, damit die Geld zu erzeugen könnte. das würde man verstehen. Das Geld ist einiges Mal. Das ist der Betroler, das ist das Problem. Wir haben das Betroler verwendet. Wir kennen die Betroler. Wir haben das ganze Regierung. Wir haben das ganze Geld. The price increases that we've seen in South Africa over the last number of months can be ascribed to the war between Russia and the Ukraine that resulted in a very sharp increase in the international oil price. When I last checked, the international oil price was in the region of about $120 per barrel, and that has resulted in higher imported prices for fuel into South Africa. The government should start spending less and must show us how to do that, and that South Africans are really tired of the bad example set by South African politicians, and that the government cannot continue conducting itself in this way. Thank you.